Herzlich Willkommen zur Auflösung des Matt-Rätsels vom 17. Juli 2021. Und das hat es in sich. Das ist echt nicht leicht. Es beginnt hier mit Springer F6 Schach. Wenn der König nach F8 geht, ist es sofort Matt. Wenn der König nach G7 geht, kommt Turm schlicht F7 Schach, König H6 oder König H8 und dann Turm schlicht H7 Matt. Soweit war das relativ einfach. Aber was passiert nach König H8? Turm schlicht F7 ist zu langsam, weil Schwarz hat hier Gegenschachs mit Springer E2, Dame A1. Das funktioniert hier nicht. Man muss Springer schlicht F7 Schach machen, König G7. Und hier gewinnt sowohl Springer D8 als auch Springer G5 Schach, König schlicht F6, Turm F7 Matt. Und dann wenn der König auf die H-Linie geht, ist es Matt mit Turm schlicht H7. Auch wenn der König auf H8 stimmt. Ich hoffe, ihr habt das gefunden. War nicht ganz so leicht. Und ich hoffe, wir sehen uns hier spätestens morgen wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.